moin und herzlich willkommen zu storytime nummer 6 ja die letzte zeit war relativ viel los die meisten von euch haben wahrscheinlich mitbekommen dass ich mein urteil habe mittlerweile sieben jahre und neun monate in erster instanz und dazu werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein extra video machen das war auf jeden fall der grund warum der content ein bisschen dünn war die letzte zeit ich hatte einfach relativ viel mit dem prozess auch zu tun und ja möchte aber storytime natürlich ist trotzdem weiter fortsetzen auch die flocks erst mal genau und im letzten teil habe ich euch ja erzählt wie das so verstanden gegangen ist mit meiner mit der entlassung aus der u-haft beziehungsweise der außervollzugssetzung des haftbefehls und in diesem teil möchte ich ein bisschen darauf eingehen wieso die ersten tage nach der haftentlassung waren was so die probleme und sorgen von mir waren wie ich das meinem umfeld und meinen eltern vor allem auch beigebracht habe und ja ich würde sagen wir starten direkt rein ins video und viel spaß ja also ich wurde aus der uhr oft entlassen nach circa einem monat und war natürlich erst mal einfach nur happy so meinen sohn wieder zu haben meine freundin wie gesagt haben im letzten teil habe ich erzählt werden ersten abend bei freunden zu besuch haben das schön gegessen und das hat mir einfach einfach alles sehr gut getan und ja auch was ich besonders gefreut habe war einfach mein bett wir sind dann abends nach dem essen bei unseren freunden natürlich nach hause gefahren und ich bin dann so das erste mal seit einem monat in meinem bett gelegen im eigenen das war so ein schönes gefühl ich bin sowieso so einer der echt am besten im eigenen bett schläft und es war einfach nur einfach nur geil ich weiß noch an dem abend bin ich einfach so schnell eingeschlafen und hab dann auch erst mal so den tag sacken lassen müssen war ja alles aufregend die entlassung und wieder so meine freundin zu sehen und bin dann relativ schnell eingeschlafen und wir hatten ja für den nächsten tag ich hatte mich dann noch kurz bei meinen eltern gemeldet dass ich draußen bin dass alles gut ist soweit und wir hatten ja dann ein besuch quasi wir haben geplant dass meine eltern am nächsten tag kommen und ja wir wollten dann essen gehen den nächsten tag war war es auf jeden fall so wir waren dann einkaufen das weiß ich noch ganz genau in so einem ganz großen edeka mit einkaufen und es hört sich jetzt echt so ein bisschen komisch an aber für mich war das so ungewohnt nach nur einem monat so viele so viele menschen auf einem platz zu sehen und ich habe mich da so ich habe mich da nicht wohl gefühlt muss ich ehrlich sagen also ich hatte irgendwie so das gefühl dass mich jeder anstarrt das war natürlich nicht der fall aber ich hatte so so dieses gefühl und ich bin noch nicht so ganz klar gekommen mit diesen ganzen menschen mit diesen ganzen menschen massen und ich habe auch so gemerkt mir geht es überhaupt nicht gut psychisch ne also das hatte ich schon so am am morgen danach so gemerkt irgendwie geht es mir nicht so gut weil natürlich schwebt noch dieser dieser prozess über eine es ist ein monat her dass wir verhaftet wurden ist noch alles ganz offen du weißt gar nicht wie geht es weiter es gibt irgendwie meldeauflagen und ich ich konnte ich kannte mich auch noch nicht so richtig aus mit mit diesen ganzen geschichten und ich habe schon gemerkt mir geht es psychisch nicht nicht ganz so gut muss ich ehrlich sagen auf jeden fall waren wir dann einkaufen alles soweit gut wieder nach hause gekommen und dann irgendwann sind meine eltern gekommen und es war ein ganz schwieriger moment weil ich weiß noch ganz genau meine mutter ist so zur tür reingekommen und sie würde es nicht zugeben aber ich habe ja schon echt angesehen dass sie dass sie der monat wirklich fertig gemacht hat und das das macht natürlich was mit einem das hat natürlich extrem leid getan und er meine eltern war dann kurz bei uns wir haben dann ausgemacht dass wir essen gehen wie gesagt haben uns dann auf den weg gemacht und wir sind dann zu so einem chinesen gegangen und auch da habe ich gemerkt dass mir das alles irgendwie noch zu viel ist ich weiß nicht irgendwie war es mir alles zu viel mir ging es einfach psychisch überhaupt nicht gut aber klar ich war froh meine eltern auf jeden fall wieder zu sehen dass wir da irgendwie schön gegessen haben war alles cool wir haben dann natürlich auch so ein bisschen drüber geredet meine eltern haben ja auch gesagt dass sie zu mir stehen das fand ich es war echt wichtig für mich und war auch ganz toll so und sie haben ja auch gleichzeitig auch gesagt dass sie absolut kack finden was ich da getan habe und ja so ist der erste abend dann eigentlich dann zu ende gegangen schon essen war vorbei meine eltern sind heim ich bin nach hause gegangen habe mich so schuldig gefühlt irgendwie und so so schlecht mal und ja in den folgenden tagen war es dann im im endeffekt so dass ich ja dann auch ich hatte ja meldeauflagen ja das heißt zu anfang war es bei mir so dass ich mich zweimal die woche melden musste bei der polizei mittwochs und samstags immer persönlich muss man dann so gegenzeichnen das land nicht verlassen und keinen kontakt zu den mittätern weil man natürlich dann noch irgendwie vor dem prozess was irgendwie absprechen könnte das war so die ist wahrscheinlich da so der hintergrund zu dieser auflage und ja und ich musste natürlich auch noch viel telefonieren ich musste man denkt meinen ganzen freundeskreis ab telefonieren mein bruder und das war auch sowas wo mir so ein bisschen angst gemacht habe weil ich nicht wusste wie wir reagieren so die menschen im umfeld auf diese ganze geschichte also habe ich auch angefangen so ein bisschen zu telefonieren hat mein bruder angerufen und es war aber so dass meine richtigen freunde und meine familie alle gesagt haben hey du hast kacke gebaut ja aber wir stehen zu dir und es hat mir natürlich echt gut getan weil ich ja natürlich auch noch nicht wusste wie geht es weiter wann startet der prozess die ermittlungen waren ja noch gar nicht vollständig abgeschlossen es haben noch auswertungen gefehlt das bka hat auch gesagt hey wir brauchen sich vielleicht noch mal zu der nachvernehmung habe ich natürlich gesagt ja machen wir ja und dann bin ich auch die nächste zeit wieder arbeiten gegangen habe so probiert mir so mein leben so normal wie möglich zu gestalten das heißt arbeiten fitness zeit mit der familie und hatte aber immer während der ganzen zeit irgendwie so diesen diesen drohenden prozess natürlich über den kopf und habe das aber irgendwie auch da so in so eine ecke geschoben erstmal aber es war natürlich nicht einfach und wie gesagt wir wussten ja auch nicht wann geht dieser prozess jetzt los und was ein riesen problem war auch für mich war das natürlich meine konnten noch gepfändet waren und ich keinerlei zugriff auf meine finanziellen mittel hatte und so war es die erste zeit relativ schwierig auch man muss ja sprit bezahlen miete und so weiter und so fort und da gab es auch ein bisschen probleme mit dem mit meinem konto weil es hieß erst mal ich kann das konto behalten und die das gehalt von meinem arbeitgeber ist ausgenommen von der pfändung hat dann aber leider nicht geklappt so dass die ersten drei monate wirklich eng war weil ich nicht auf mein gehalt zugreifen konnte und das war das sind also diese probleme die man dann hat nach der u-haft erst mal und ja wie gesagt das war ein sehr großes problem tatsächlich aber gott sei dank wir hatten da guten support von von meinen eltern auch von den eltern von meiner freundin und so sind wir da eigentlich relativ gut durchgekommen was ich aber auch hatte ich habe mich dann mal auf die waage gestellt nach der haft und ich habe einfach so neun kilo abgenommen während der haftzeit und es hat mich so ein bisschen erschreckt weil ich hatte gar nicht das gefühl so viel abgenommen zu haben aber ich habe neun kilo abgenommen und ja wie gesagt ich war dann auch schnell wieder beim anwalt hat mir erklären lassen wie läuft das mit den meldeauflagen wie geht es weiter da gab es aber noch gar nicht so viel zu sagen wie gesagt es ist ein monat her und dass wir verhaftet wurden ich war in urhaft die anderen beiden waren zu dem zeitpunkt auch noch drin und wir mussten jetzt erst mal abwarten wie die ermittlungen laufen natürlich und man hat mir da auch schon gesagt es kann eine weile dauern und so war es dann im effekt auch und irgendwann ist dann auch der tag gekommen ich habe wieder in alltag rein gefunden man kommt so ein bisschen drauf klar man schiebt so dieses damokles schwert irgendwie weg von diesem prozess das ist dann irgendwie so hinterkopf und man führt wieder so ein relativ normales leben auch meine freundin und so weil klar man kann nicht da geht man kaputt wenn man da den ganzen tag irgendwie nur nur diesen prozess im kopf hat aber dennoch war es natürlich schon so dass das dass ich immer so irgendwie mit diesem gedanken eingeschlafen bin und mit diesem gedanken aufgewacht und ja irgendwann kommt dann auch der zeitpunkt wo du dich wieder damit beschäftigen muss weil natürlich die prozess vorbereitung losgeht und dann wird dann irgendwann anklage erhoben und so weiter und so fort und da möchte ich euch im nächsten video mal erzählen wie ist es so gelaufen mit der wann war die anklage erhebung was wir haben wir uns auf den prozess vorbereitet und dann werden wir irgendwann auch zu dem prozess an sich kommen und auch ein bisschen mehr zu war street market genau und ich schaue jetzt dass ich die die story times regelmäßig bringen ich habe jetzt auch noch ein bisschen zeit und ansonsten wie es dann weiter gelaufen ist wir uns vorbereitet haben auf den prozess was so alles dazu gehört zu seiner vorbereitung das erzähle ich euch in story time 7 wird dann ich weiß jetzt immer im wochentakt raus bringen möchte schafft und genau ansonsten bleibt mir nicht viel anderes übrig als zu sagen danke fürs zuschauen abonniert gern meinen kanal folgt mir auf instagram ist alles unten drunter verlinkt vor allem bleibt gerade und wir sehen uns im nächsten video